Die Meldung des heutigen Tages war wohl die Nicht-Entlassung von Urs Fischer, sondern die einvernehmliche Trennung vom Union-Trainer, der nun eben nach fünf Jahren überragender Arbeit mit Aufstieg, mit Conference, mit Euroleague, mit Champions League nicht mehr im Amt ist. Ich dachte, das trifft sich ganz gut. Ich hatte ohnehin noch vor, ein Video über den Downfall, Absturz oder den Untergang von Union zu machen, wie auch immer man es jetzt nennen will. Und ich würde sagen, wir fangen da erstmal vorne an. Was steht da? Die Champions League Qualifikation im letzten Jahr und damit einhergehend eine etwas andere Transferpolitik, beziehungsweise nicht unbedingt anders. Man hat es eigentlich wie in den Jahren zuvor auch so gemacht, dass man sich eben stetig weiterentwickelt hat. Einige Neuzugänge, die eben nochmal ein höheres Niveau wie die aktuelle Mannschaft hatten. Und darüber müssen wir nicht reden. Die Transferphase haben wir eigentlich alle abgefeiert. Da nehme ich mich auch mit rein, mit einem Volland, Gosens, Bonucci oder auch den Laien von Aronsen oder Fofana. Das waren einfach Transfers, die die Qualität der Mannschaft nochmal deutlich erhöht haben, aber auch eine spielerische Komponente reingebracht haben. Und so starteten sie dann direkt auch gut in die Saison in gewohnter Union-Manier. Sie gegen Mainz, sie gegen Darmstadt, gegen Mainz unter anderem zwei verschossene Elfmeter des Gegners. Wieder mal Glück gehabt, sag ich jetzt mal, wie es eben für Union typisch war. Und selbst aus recht wenig Chancen viel gemacht, beziehungsweise recht effizient gewesen. Und auch beide Spiele mit weniger Expected Goals gewonnen. Also genau so, wie man Union kannte. Aber dann gab es eben den Bruch, beziehungsweise die stetige Verunsicherung, die immer weiter ging. Und das Ganze startete eben mit der 3 zu 0 Niederlage zu Hause gegen Leipzig. Nachdem man ja in der alten Försterei Ewigkeiten nicht mehr verloren hatte. Und danach folgten eben in der Bundesliga acht weitere Niederlagen, alle am Stück. Zudem zwei in der Champions League, dann noch eine im Pokal. Und vor allem in der Champions League echt unglücklich gegen Real und noch gegen Praga. Beide Spiele in der letzten Minute verloren. Sonst hätte man da auch jeweils einen Punkt geholt. Wie auch im letzten Champions-League-Spiel gegen Neapel. Wo man auch sagen muss, Neapel ist unter Rudi Garcia zumindest eine Mannschaft, die nicht wirklich eine spielerische Idee, beziehungsweise einen Plan hat. Während gegen andere Teams, die spielerisch enorm viel drauf haben. Vor allem dank dem Trainer, wie unter anderem Stuttgart zweimal. Aber auch gegen Frankfurt, die sich ja mittlerweile gefunden haben. Man bei Union eigentlich chancenlos war und da recht deutlich verloren hat. Während man es gegen andere Gegner, die jetzt nicht die spielstärksten sind, immer recht enger und knapp halten konnte. Dann aber dennoch die Spiele meistens verloren hat. Beziehungsweise in der Bundesliga immer. Und das ist halt auch ein Resultat aus den vorherigen Niederlagen. Man war immer verunsicherter. Defensiv konnte man nicht mehr wirklich verteidigen, wie man es im Vorjahr gemacht hat. Da gab es dann einfach recht simple Fehler, die man so von Union überhaupt nicht kennt. Man wurde mit der Zeit, umso mehr man verloren hat, immer verunsicherter. Und somit konnte man sich dann eigentlich nicht mehr befreien. Und auch offensiv war eigentlich genau das gleiche der Fall. Da hat man sich ohnehin recht wenig rausgespielt. Jetzt spielt man sich immer noch nicht viel raus. Aber man hatte auf jeden Fall seine Chancen. Aber man hat sie keinesfalls mehr so effizient genutzt, wie eben zuvor in der letzten Saison oder auch in den ersten zwei Spielen. Und da ist eben ein klarer Bruch zu erkennen. Und die Mannschaft hat dann nichts mehr auf die Reihe bekommen. Auch Urs Fischer ist natürlich da in der Kritik gewesen. Ist jetzt ohnehin weg. Klar, man kann ihn da kritisieren. Da zählt er genauso mit rein wie die Mannschaft. Hat natürlich auch seine Fehler gemacht. Zum Beispiel Bonucci auf der rechten Seite in der Dreierkette zu spielen. War nicht unbedingt die schlauste Idee. Mit seinem doch nicht allzu viel vorhandenen Tempo. Dann gab es zum Beispiel die rote Karte für Khedira. Aber auch Verletzungen. Ich meine, der war ja zunächst auch nicht fit als Kapitän. Zudem dann neben dem Platz Unruhe mit dem verweigerten Handschlag von Fofana. Zudem berichte, dass Bonucci unzufrieden ist. Die er dann dementiert. Aber das bringt auch nochmal zusätzliche Unruhe rein. Und zeigt einfach, wie sich das Blatt gewendet hat bei Union. Von einer Mannschaft, die vom Glück gelebt hat. Zu einer Mannschaft, die vom Pech lebt. Und dementsprechend eigentlich fast alles verliert. Auch im letzten Spiel gegen Leverkusen. Auch wenn man da ansonsten chancenlos war. Gibt es dann eben einen Eckball, der eigentlich keiner war, der zum Tor führt. Zudem auch Torwart Renaud, der immer ein starker Rückhalt war. Zumindest in der letzten Saison. Patz zunehmend auch in dem Spiel wieder gegen Leverkusen. Also da hat das eine zum anderen geführt. Und man kam immer mehr in so eine Negativspirale. Weshalb ich die Entscheidung mittlerweile sogar fast richtig finde. Dass Urs Fischer gehen musste. Beziehungsweise freiwillig ging. Wie auch immer das jetzt hinter den Kulissen abgelaufen ist. Jedenfalls ist er jetzt weg. Und das gibt dann schon nochmal die Chance für einen neuen Impuls. Mit einem neuen Trainer. Ich hoffe, sie treffen da die richtige Entscheidung. Und da können sie sich auch nochmal entscheiden. Ob sie jetzt den Weg, wie mit der Transferpolitik weitergehen. Oder ob sie vielleicht doch nochmal eher einen Rückschritt, sage ich jetzt mal machen. Eher einen Trainer holen, der jetzt noch nicht allzu renommiert ist. Und noch nicht allzu viel geleistet hat, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise nicht den Star-Status hat. Denn man kann jetzt natürlich einen Konte holen. Beziehungsweise mal als Beispiel. Jetzt mal unabhängig davon, ob er kommen würde. Das wäre natürlich schon nochmal ein Statement. Kann da noch zwei Champions-League-Spiele mitnehmen. Zudem die Mannschaft unten rausführen. Und der würde generell zum Spielermaterial passen. Aber ich glaube, man wird auch die Lehren aus der Transferphase ziehen. Dass man da vielleicht zu schnell nach den Sternen gegriffen hat. Auch wenn man Champions-League gespielt hat. Hätte man da vielleicht nicht unbedingt direkt die ganz großen Stars holen müssen. Wie Gosens oder Bonucci. Ich meine, Gosens war noch im Champions-League-Finale. Bonucci wiederum hat halt den Star-Status. Aber leistungstechnisch ist er jetzt auch nicht gerade einer, der heraussticht bei Union. Und auch bei Juve jetzt nicht mehr der Beste war in den letzten Jahren. So hat man auch das Gehaltsgefüge generell recht hoch geschraubt. Sowohl mit den Neuzugängen, aber auch mit den vorhandenen Spielern. Zum Beispiel Geraldo Becker verdient da enorm viel. Soll anscheinend mehr wie die Top-Verdiener in Frankfurt verdienen. Und das ist dann glaube ich doch schon eine zu schnelle Entwicklung nach oben gewesen. Und man hätte das da dann doch eher mit ein bisschen mehr Konstanz machen sollen. Dass man sich dann eher über mehrere Jahre oben hält. Und nicht direkt komplett nach vorne pusht. Klar, in den Jahren zuvor hat es geklappt. Aber ich glaube, der SC Freiburg ist da ein ganz gutes Gegenbeispiel. Die da nicht unbedingt die neuen Stars reinholen. Eher auf die eigenen Spieler setzen. Auch aus der Jugend. Klar, die performen da nicht ganz so stark. Kamen nicht in die Champions League in den vergangenen Jahren. Aber man war eben konstant auf seinen Plätzen. Hatte auch Konstanz auf der Trainerposition. Und vielleicht ist der Vergleich nicht der richtige. Aber ich glaube, ein bisschen weniger im Transfersommer hätte Union schon gut getan. Und dann würden sie jetzt nicht ganz so schlecht dastehen. In der Champions League vielleicht trotzdem. Aber ich meine, das ist auch eher Bonus. Und man betonte ja immer weiterhin selbst, dass das erste Ziel der Klassenerhalt ist. Der ist jetzt eben in Gefahr. Und zusätzlich zum Transfersommer muss man auch sagen, die Spieler wurden allesamt recht spät geholt. Hatten eigentlich nicht mehr wirklich Zeit, sich in das System einzufinden. Also in der Vorbereitung. Mussten es dann im Spielbetrieb. Also da auch nochmal ein kleiner Kritikpunkt. Wie auch an der generellen Ausrichtung von Union. Mit der sie ja die letzten Jahre erfolgreich waren. Mit dem Defensivfußball. Anti-Fußball. Wie auch immer man es jetzt nennen will. Und ja, da haben sie sich gewissermaßen verbessert. Vor allem im ersten Spiel hatte man da eigentlich ganz gute Ansätze. Hat ja auch fußballerisch gute Spieler reingebracht. Mit einem Brandon Aronson zum Beispiel. Aber es ist natürlich dennoch grundlegend eher ein defensives Spielmodell gewesen. Wo man selbst nicht unbedingt die Ideen hat, wie man defensiv stehende Gegner aufbricht. Und Union wird halt eben auch aufgrund der Erfolge zunehmend als Top-Club angesehen. Dementsprechend stehen die Gegner eher etwas tiefer. Somit hat man selbst weniger Platz, sich etwas zu kreieren. Und wenn man dann halt eben keine Ideen hat, den Gegner aufzubrechen. Dann wird es halt eben schwierig. Und das ist ja ohnehin in der aktuellen Saison eine Entwicklung. Dass spielstarke Teams, die Ideen im Ballbesitz haben, viel stärker abschneiden. Überraschungsmannschaften sind, während Mannschaften wie Union oder Mainz, die primär gegen den Ball gearbeitet haben, eher weniger erfolgreich sind. Sieht man auch in den anderen internationalen Ligen. Und zu der Entwicklung möchte ich generell noch in den kommenden Tagen ein Video machen, wo ich mal über ein paar Beispiele spreche. In der Bundesliga sieht man es ja auch an Stuttgart, die wirklich eine klare Spielidee haben unter Hoeneß. Aber dazu dann mehr in dem Video. Das soll es auf jeden Fall mal zu Union gewesen sein. Soweit meine Meinung zur Entlassung bzw. zur Trennung von Urs Fischer. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Stimmt ihr mir zu? Seht ihr irgendwas anderes? Schreibt es rein. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.